Um Schülerinnen und Schülern mit nicht-deutscher Muttersprache die Teilnahme im Unterricht zu erleichtern, möchte ich dir in diesem Video den Translator von Microsoft vorstellen. Dazu habe ich hier auf der linken Seite den Translator geöffnet. Die Webadresse dazu ist translator.microsoft.com. Auf der rechten Seite siehst du den Bildschirm meines iPads, auf dem ich die Ansicht der Schülerinnen oder Schüler demonstrieren möchte. Um eine Unterhaltung zu starten, klicke ich nun links in der Web-App auf Unterhaltung starten. Nun muss ich mich mit einem Microsoft- oder mit einem Google-Konto anmelden. Ich wähle hier mein Microsoft-Konto. Nach der Anmeldung kann ich nun meinen Namen eingeben und die Sprache, die ich spreche, in meinem Fall Deutsch. Beim Start der Unterhaltung erhältst du nun ein Fenster mit dem Moderator-Modus, hier kannst du festlegen, ob dein Mikrofon eingeschaltet bleiben soll oder ob du zum Sprechen den Mikrofon-Button drücken musst. Dann hast du auch die Möglichkeit, andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer deine Unterhaltung stumm zu schalten. Mit einem Klick auf OK startet nun die Unterhaltung. Habe ich nun vergessen, beispielsweise das Mikrofon zu aktivieren, kann ich das Ganze hier im Einstellungsmenü nachholen. Ich klicke hier auf Mikrofon bleibt eingeschalten. Nun beginnt die Aufzeichnung und wie du siehst, wird auf der linken Seite bereits mein gesprochenes Wort schriftlich übersetzt. Um nun dieser Unterhaltung beitreten zu können, nehme ich mein iPad und klicke hier auf den Button mit den beiden Köpfen für die Unterhaltung. Nun habe ich die Möglichkeit, entweder den Unterhaltungscode, den du hier am oberen Rand siehst, einzugeben oder den QR-Code zu scannen. Dazu klicke ich am iPad auf das Kamerasymbol, scanne den QR-Code und kann nun der Unterhaltung beitreten. Du siehst hier nun automatisch eingefüllt bereits den Unterhaltungscode. Mein Name ist Demo und bei der Sprache kannst du mit einem Klick auf das Menü verschiedenste Sprachen auswählen. Angefangen von Arabisch über Englisch, Italienisch bis hin zu beispielsweise auch Ukrainisch. Ich klicke nun auf Eingabe und kann nun der Unterhaltung beitreten. Und wie du siehst, auf der rechten Seite bei meinem iPad wird nun der Text, den ich spreche, sofort simultan übersetzt. Link siehst du also, den gesprochenen Text auf Deutsch und auf der rechten Seite am Gerät des Schülers oder der Schülerin, siehst du die Übersetzung. Möchte nun dein Schüler oder deine Schülerin an der Unterhaltung teilnehmen, muss er oder sie nur auf seinem Gerät auf das Mikrofonsymbol klicken und schon kann er sprechen und du würdest auf der linken Seite die Übersetzung auf Deutsch sehen. Diese Übersetzung funktioniert allerdings nicht nur in der Translator-App, sondern auch in anderen Apps. Beispielsweise kannst du den Unterhaltungscode kopieren und auch in OneNote verwenden. Ich öffne hier nun OneNote und im Menü Ansicht findest du den Menüpunkt Live-Untertitel. Bei Live-Untertitel kann ich nun diesen Code eingeben, AYITZ, wähle hier nun Englisch aus, klicke auf Join und nun siehst du, dass auch in OneNote sofort simultan übersetzt wird. Möchte ich diese Konversation nun beenden, gehe ich wieder zurück zum Translator in meinem Browser und klicke hier auf das Verlassen-Symbol. Ich habe dann noch die Möglichkeit, ein Transkript herunterzuladen. Das bedeutet, du bekommst eine komplette Unterhaltung als Textdatei gespeichert. Ich verlasse nun aber die Konversation. Wenn deine Schülerinnen und Schüler über keine Tablets oder Smartphones verfügen, haben sie natürlich auch die Möglichkeit, der Unterhaltung im Browser beizutreten. Dazu einfach hier bei Unterhaltung beitreten, den Unterhaltungscode eingeben und schon können sie deinem Unterricht auch im Browser folgen. Die Translator-App hier auf meinem iPad bietet allerdings noch andere Möglichkeiten. Ich kann mit einem Klick auf das Mikrofonsymbol beispielsweise auch direkt auf diesem Gerät übersetzen lassen. Ich klicke auf das Mikrofon und nun am unteren Rand klicke ich ebenfalls auf das Mikrofon und nun wird aufgenommen und mein gesprochener Text wird sofort simultan in Englisch übersetzt. Wähle ich nun eine andere Sprache, beispielsweise Französisch, wird diese Übersetzung in Französisch angezeigt. Eine weitere Möglichkeit bietet die Tastatur. Das ist hier das linke Symbol. Klicke ich auf die Tastatur, kann ich einen Text eingeben, zum Beispiel das ist ein Demo-Text. Bei der Sprache ist hier in diesem Fall Chinesisch ausgewählt und es wird dieser Text auch in Chinesisch übersetzt. Zu guter Letzt gibt es auch noch die Funktion, mithilfe der Kamera einen Text übersetzen zu lassen. Dazu wählst du das Kamerasymbol, machst ein Foto vom zum übersetzenden Text und wie du siehst, wird hier nun die Übersetzung sofort auf das Originalarbeitsblatt überlagert und du kannst nun auch den Inhalt dieses Arbeitsblattes auf Französisch anzeigen lassen. Mit einem Klick rechts unten auf die Sprache kannst du natürlich auch wieder verschiedene Sprachen auswählen und diese ändern und die Übersetzung wird sofort wieder angepasst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einige Tipps an die Hand geben, wie du im Unterricht besser mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren kannst, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und sie dabei unterstützen, dem Unterricht zu folgen.